Kai, woraus besteht eigentlich ein Smartphone? Äh, aus Smarties? Hallo, ich bin Christoph von MobilSicher. Ein Moment, der meine Sicht auf Smartphones sehr verändert hat, war, als ich kapiert habe, wie wertvoll die Dinger sind. Smartphones sind nicht etwa wertvoll, weil sie selten wären. Weltweit werden 1,2 Milliarden Smartphones neu angeschafft, jedes Jahr, Tendenz steigend. Die wiegen zusammengenommen 192 Millionen Kilo. Das ist so viel wie 32.000 Elefantenbullen. Smartphones sind also kein knappes Gut. Aber sie sind sehr mächtig. In unserem YouTube-Video 4 Tipps für weniger Elektroschrott hatte ich damals diesen Vergleich gebracht. Die Rechenleistung eines aktuellen Smartphones ist eine Million Mal größer als die des Bordcomputers der Apollo 11. Und mit der Apollo 11 sind wir immerhin zum Mond geflogen. Klar, ich wusste schon vorher, dass wir alle einen kleinen Computer mit uns in der Hosentasche herumtragen. Aber so richtig verstanden habe ich das da erst, als ich in meiner Schublade plötzlich zwei Millionen Bordcomputer der Apollo 11 gesehen habe und nicht mehr zwei völlig outdated, unmodern aussehende Handymodelle, von denen eins gar nicht mehr angeht und eins nicht mehr mit Updates unterstützt wird. Weil sie nicht selten sind, lassen wir die Smartphones in einer Schublade vergammeln oder werfen sie auf den Müll. Jedenfalls behalten wir sie nicht lange. Laut der Müllvermeidungs-NGO WEEE sind 2022 ganze 5 Milliarden Smartphones auf dem Müll gelandet. Und Elektroschrottmüllhalden sind schrecklich. Eine der größten Elektroschrottmüllhalden, auf die auch der Elektroschrott aus Europa kommt, die liegt in Accra, der Hauptstadt von Ghana in Afrika. 40.000 Menschen leben und arbeiten dort auf dieser Elektroschrottmüllhalde unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen. Es gibt da verschiedene gute Dokumentationen zu. Ich empfehle hier mal den Dokumentarfilm Welcome to Sodom. Aber was werfen wir da überhaupt weg? Was braucht man alles, um so einen kleinen Hosentaschen-Computer bauen zu können? Und wo kriegt man das her? Das will ich mir in dieser Folge mal anschauen. Woraus besteht eigentlich ein Smartphone? Vor allem ist da Glas und Kunststoff. Kunststoff ist ja bei allem Möglichen sehr beliebt, das wir herstellen. Der Ethnologe Christoph Antweiler geht davon aus, dass für die Geologen der Zukunft die Plastikschicht im Gestein der Marker sein könnte, an dem sie das Anthropozän festmachen. Mit Anthropozän ist das erdgeschichtliche Zeitalter gemeint, in dem der Mensch den Planeten intensiv, dauerhaft und wahrscheinlich unumkehrbar prägt. Andere Marker im Gestein dafür könnten sein Beton oder die Rückstände von Atombomben-Explosionen. Ein Smartphone besteht zur guten Hälfte aus Kunststoff. Glas ist auch viel drin, immerhin hat so ein Smartphone ein Display. Etwa 15% des Smartphones sind Glas und Keramik. Kunststoff, Glas und Keramik, damit ist unser Smartphone tatsächlich schon zu ungefähr drei Vierteln fertig. Für das restliche Viertel braucht es Metall. Viele unterschiedliche Metalle. Etwa 30 verschiedene Metalle stecken in so einem Smartphone. Die genaue Zusammensetzung variiert je nach Modell. Und weil wir viel davon nicht recyceln, muss das alles aus der Erde geholt werden. Vor allem viel Kupfer. Aber auch Eisen, Aluminium, Nickel stecken in so einem Smartphone. Und Silber und Gold und sehr geringe Mengen von Palladium und Platin. Dazu kommt eine ganze Reihe von Metallen mit seltsamen Namen, von denen zumindest ich noch nie gehört hatte. Die tragen so klangvolle Namen wie Dysprosium, Molybden oder Indium. Von den 90 natürlich vorkommenden Elementen des Periodensystems enthält ein typisches Smartphone ein Drittel. Und die Hälfte davon, die wird immer knapper. Ein Problem mit den Rohstoffen im Smartphone ist also, dass sie immer seltener werden. Erstes Problem. Die Rohstoffe werden immer seltener. Die EU veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit sogenannten kritischen Rohstoffen. Kritisch heißen diese Rohstoffe, weil die Versorgung mit ihnen kritisch ist. 30 Rohstoffe stehen auf dieser Liste aktuell drauf und viele davon sind auch im Smartphone zu finden. Gold aber gibt es im Smartphone und steht nicht auf dieser Liste. Das ändert allerdings nichts daran, dass Gold sehr schnell sehr selten wird. Schon 2050, also in nur gut 25 Jahren, werden wir alles Gold aus der Erde herausgeholt haben. Das hat mich tatsächlich überrascht. 2050 fühlt sich für mich relativ nah an und dann ist da kein Gold mehr in der Erde, was wirtschaftlich abbaubar wäre. Das ist dann alles an der Oberfläche, zum Beispiel in Smartphones. Gold ist relativ selten, lässt sich aber auch relativ leicht abbauen. Andere Metalle kommen in der Natur nur in einer Form vor, die es für uns deutlich schwerer macht, daran zu kommen. Zum Beispiel Indium. Indium ist ein glänzendes und weiches Metall. Es ist transparent und schmilzt fast so leicht wie Schokolade, schon bei gut 150 Grad Celsius. Indium, davon sind zwar nur 2 Milligramm im Smartphone verbaut, aber es ist eben auch schwer daran zu kommen. In der Natur kommt es nur in Spuren vor. Das heißt, man muss erst einmal andere Metalle abbauen und kann dann im Anschluss Indium von denen isolieren. Aktuell gewinnt man Indium hauptsächlich aus den Rückständen der Zinkproduktion. Indium lässt sich allerdings kaum durch irgendeinen anderen Rohstoff ersetzen. Deswegen werden wir den zukünftigen Bedarf ohne Recycling nicht decken können. Der Handyhersteller Fairphone schätzt die aktuelle Recyclingquote allerdings auf unter 1%. In Deutschland gibt es einen Plan, Indium umweltschonend abzubauen. Denn im Erzgebirge gibt es ein großes Vorkommen, wo sich der Abbau wirtschaftlich durchaus lohnen könnte. Allerdings kommt da Indium natürlich auch nur in Spuren vor. Normalerweise würde man ein Verfahren nutzen, bei dem das Indium isoliert wird mit Chemikalien. Aber Forscherinnen und Forscher der Bergakademie Freiberg, die arbeiten an einem Verfahren, bei dem man statt der Chemikalien Bakterien dazu nutzt. Irgendwie schön, dass man sich in Freiberg um das Indium kümmert, denn da wurde es, Fun Fact, auch entdeckt. Zweites Problem, Umweltzerstörung. Aber der Rohstoffabbau hat nicht nur das Problem, dass die Metalle immer seltener werden. Der Rohstoffabbau ist auch einfach super mies für die Umwelt. Für die Minen werden großflächig Wälder gerodet, Gestein wird aufgekippt, es wird unglaublich viel Wasser verbraucht. Und bei Edelmetallen, da muss man Chemikalien einsetzen, und zwar giftige, um die zu lösen. Diese Info, die fliegt immer so schnell durch einen durch. Zum linken Ohr rein, zum rechten Ohr raus. Zerstört die Umwelt. Ja, was zerstört denn nicht die Umwelt? Deswegen möchte ich das mal an zwei Beispielen kurz illustrieren. Denn wenn man sich das anschaut, was das an konkreten Orten konkret bedeutet, dann kriegt man schnell ein Bild davon, was das eigentlich heißt. Zerstört die Umwelt. Kupfer zum Beispiel, davon gibt es noch eine ganze Menge unter der Erde, Gott sei Dank, denn von keinem anderen Metall braucht man im Smartphone so viel wie vom Kupfer. 6 Gramm insgesamt. 6 Gramm, nicht Milligramm. Wir kriegen das Kupfer hauptsächlich aus dem Bergbau in Süd- und Nordamerika und da hauptsächlich Tagebau. Und das Problem dabei ist, um an ein bisschen Kupfer zu kommen, müssen große Mengen Gestein umgegraben werden. Und deswegen sammeln sich um die Minen herum dann riesige Schutthügel. Außerdem ist die Sache giftig. In Chile liegt eine der größten Kupferminen der Welt, die Kupfermine Chukicamata. Der Staub der Mine enthält toxische Schwermetalle, weswegen in einem Umkreis von 10 Kilometern um die Mine herum keine Menschen leben dürfen. Und die Haupttodesursache in der Region ist Krebs. Den Krebs kriegen die Menschen wegen dem Arsen, das in der Luft ist. Und das Arsen ist in der Luft wegen der Kupfermine Chukicamata. Zweites Beispiel, Kobalt. Kobalt ist sehr, sehr gefragt, denn man braucht Kobalt für Batterien. Und Batterien, die haben nicht nur Smartphones, sondern auch alles mögliche andere. Ohne einen Akku ist es halt schwer, mobil zu sein. 70 Prozent des Kobalts kommt aus dem Kongo. In der Region Kipushi arbeitet die Mehrheit der Bevölkerung im Kobaltabbau. Inzwischen ist da schon eine ganze Menge abgetragen. Was vom Bergbau bleibt? Große künstliche Wüsten. Mehrere Quadratkilometer Boden sind in der Region Kipushi verseucht. Und der Fluss? Ärzte vor Ort berichten häufige Fälle von Totgeburten, Frühgeburten und Fehlbildungen bei Neugeborenen. Deswegen forschen kongolesische und belgische WissenschaftlerInnen gemeinsam an diesem Zusammenhang zwischen Kobaltförderung und Gesundheitsschäden. Nicht auf den ersten Blick so drastisch, aber ich denke mal genauso alarmierend. Durch die Luft- und Wasserverschmutzung durch den Kobaltabbau im Kongo sinken die Erträge der Landwirtschaft. Und zu allem Überfluss wird Kobalt teilweise auch noch in Wohngebieten abgebaut. Diese inoffiziellen Minen sind natürlich ungesichert und es gibt keine festen Löhne und da arbeiten auch Kinder. Etwa ein Fünftel des Kobalts aus dem Kongo stammt aus solchen inoffiziellen Minen. Das hat natürlich nichts mehr mit Umweltzerstörung zu tun. Aber neben der Umweltzerstörung und der Rohstoffknappheit sind die teilweise grausamen Arbeitsbedingungen das dritte große Problem des Bergbaus, mit dem wir ja aktuell die Rohstoffe für unsere Smartphones kriegen. Unicef berichtet zum Beispiel, dass in Burkina Faso Kinder ihren Eltern beim Goldwaschen helfen und dabei den ganzen Tag in kaltem, schlammigem Wasser stehen. Wegen der hohen Preise lohnt sich der Abbau von Edelmetallen auch unter nichtindustriellen Bedingungen. Der Smartphone-Hersteller Fairphone geht davon aus, dass beim Gold etwa 25 Prozent des Goldes, das wir benutzen, aus so kleinen, ungesicherten Minen stammt. Beim Silber sind es wahrscheinlich bis zu 10 Prozent und man braucht für den Abbau giftige Stoffe, wie zum Beispiel Quecksilber. Die Schäden für Umwelt und Mensch sind also massiv. Fazit. Unsere aktuelle Rohstofflösung bringt also drei große Probleme mit sich. Erstens die teilweise schrecklichen Arbeitsbedingungen, zweitens die Zerstörung der Umwelt und drittens, ja, es gibt halt nicht mehr so viele von diesen Rohstoffen unter der Erde. Wir können also eh nicht auf ewig so weitermachen. Wenn man sich das mal anschaut, was man alles braucht, um so ein Smartphone zu bauen und was wir alles dafür tun, um da ranzukommen, da drängen sich zwei Fragen förmlich auf. Erstens, können wir das Material nicht aus dem Schrott holen? Können wir nicht mehr recyceln? Recycling wäre die naheliegende Lösung für gleich alle drei Probleme unserer aktuellen Rohstoffgewinnung, nämlich aus dem Bergbau. Wie ist das zum Beispiel mit dem Gold? Kann man das nicht einfach aus dem Smartphone-Schrott holen? Man braucht etwa 40 Smartphones, um ein Gramm Gold zu gewinnen. Ein Gramm Gold, so viel steckt auch in einer Tonne Gestein. Das Gold im Smartphone ist zwar nur einen Euro wert, aber die Konzentration an Gold im Smartphone ist immer noch hundertmal höher als in einer Bodenquelle mit hoher Anreicherung. Das Recycling sollte sich also eigentlich lohnen. 2022 wurden aber zumindest in den USA nur ein Drittel des Goldverbrauchs durch recyceltes Gold gedeckt. Und das ist auch noch weniger gewesen als im Vorjahr. Und die zweite Frage, die sich aufdrängt, ist, können wir die Geräte nicht länger nutzen? Wir müssen die Geräte doch länger nutzen können. Sie sind eben viel zu wertvoll, um sie dauernd auszutauschen. Denn was ist dann mit dem Altgerät? Selbst wenn wir Smartphones zu 100% recyceln könnten, den Energieaufwand, den wir dann dafür aufbringen müssen, den können wir uns doch auch durchaus sparen, wo wir schon so etwas Wertvolles haben. So einen kleinen, mächtigen, vielseitigen, in großer Komplexität und großem Aufwand hergestellten Computer in der Hosentasche. Eine Million mal leistungsfähiger als der Bordcomputer der Apollo 11 und mit dem sind wir immerhin zum Mond geflogen. Eine Möglichkeit, wie man sein Gerät länger nutzen kann, will ich mir in der nächsten Folge mal anschauen. Alternative Betriebssysteme. Denn ein sehr guter Grund, sein Smartphone zu wechseln, ist, dass das aktuelle Modell nicht mehr mit Updates fürs Betriebssystem versorgt wird. Updates fürs Betriebssystem sind super wichtig, denn das sind oft Sicherheitsupdates. Gar nicht wegen Umwelt oder Klima, sondern wegen dem Datenschutz will ich schon lange auf ein alternatives Betriebssystem umsteigen. Denn mein Smartphone, das wird schon länger nicht mehr mit Updates fürs Betriebssystem versorgt. Und außerdem ist das ein Android-Handy. Android ist von Google. Google ist einer der versiertesten und ambitioniertesten Datensammler überhaupt. Das heißt, das war schon lange mal fällig. Nach diesem Teaser jetzt ein kleiner Downer. Unsere nächste Folge erscheint nicht wie gewohnt in zwei Wochen, sondern erst am Freitag, den 14. Juli. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer, da auch wir der Macht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo auf YouTube mit, schreibt einen Kommentar, zeigt, dass ihr uns mögt und erzählt von uns. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch fragen, ob man auch spenden kann, kann man alles dazu in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.